So, im zweiten Teil gehen wir auf das Post-Fight-Interview von Michael Smolik ein. Das schauen wir uns direkt mal an. Der Name Christian Eckerdin wurde ja des Öfteren in den Raum geworfen von dir und von ihm. Wie soll es in Zukunft damit weitergehen? Ist er noch auf deinem Radar und hast du vielleicht dazu ein paar Worte? Also ich sage mal eine Sache. Wer meine Mutter beleidigt, dass sie in der Stange in seinem Club tanzen soll, als Familienvater, wer solche Sachen sagt, der geht nicht aus meinem Kopf. Also wenn er den Kampf will nächstes Jahr, werde ich den Kampf bestreiten, gegen ihn feiten. Wenn ich dann nicht, ich habe keinen Bock ewig über Ekelin zu sprechen. Ich habe meinen Weg, ich habe andere Gegner, ich habe überhaupt Gegner. Also das hat Christian garantiert in keinem einzigen Video gesagt. Ich erinnere mich auch gar nicht daran, dass das irgendwo gefallen war, dass er irgendwie von seiner Mutter gesprochen worden wäre. Die Problematik an der ganzen Geschichte ist, als Dorfpolizist sollte man schon wissen, dass das ein Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht ist, falsch zu zitieren. Die weitere Problematik an der Geschichte ist, dass die meisten Menschen aus unserer Gesellschaft Aussagen nicht mehr überprüfen, sondern die nehmen so eine Aussage direkt für bare Münze und tragen diese Information weiter, ohne das irgendwie zu überprüfen oder zu hinterfragen. Das heißt, jemand sieht das Video und sagt, der Christian Eckerlin hat schlecht über die Mutter von Michael Smollig geredet. Öffentlich ist ein schlechtes Beispiel. Wir haben alle eine Vorbildfunktion als professionelle Sportler von jungen Leuten, von anderen Kampfsportlern und, und, und. Das heißt, man sollte, ich will auf jeden Fall, also falls du darauf reagierst, Michael Smollig, hätte ich gerne den Videobeweis, wo du das gesehen hast. Kann natürlich auch sein, dass vielleicht ein bisschen Sauerstoffmangel nach drei Runden im Kopf geherrscht hat und du die Erinnerung nicht mehr archiviert hattest. Aber das will ich auf jeden Fall sehen, wo er das gesagt haben soll. Diese Formulierung ist garantiert nirgendwo gefallen. Das ist absolut nicht unser Stil und, ähm, ja, ist einfach ein schlechtes Beispiel. Was denkst du, könnte da das Motiv sein? Ist es wirklich einfach Leichtsinn oder ist es vielleicht sogar eine Maßnahme, ja, krampfhaft irgendwie medial ein bisschen Wind zu erzeugen, um die, ja, eigenen eingebrochenen Klickzahlen wieder nach oben zu treiben? Also ich weiß es natürlich nicht, was die Intention war in dem Moment, aber wenn jemand so etwas gesagt hat, dann überprüfst du das und schaust dir das ja öfter an. Das brennt sich ja in das Gedächtnis ein. Ich glaube definitiv, dass er weiß in diesem Moment, dass das nicht gesagt worden ist und dass diese Information gezielt verändert worden ist. Ist natürlich eine Mutmaßung am Ende des Tages, aber das ist auf jeden Fall nicht korrekt. Lieber Michael Smollek, bitte liefere uns den Videobeweis dafür, wo das gesagt worden sein soll. Ich bin gespannt. So wie ein Alexander Wesner, da werden noch viel, viel andere kommen. Von dem her, wenn er einer auf meiner Liste sein will, kann er gerne kommen. Wenn ich dann nicht, ist mir scheißegal, ich hab keinen Bock mehr über ihn zu reden. Klasse, dann muss ich ja nur noch gratulieren, nachher wirklich... Hinzu kommt, Christian hat ja diese ganze Fede gar nicht angefangen. Also die Herausforderung kam ja von Michael Smollek. Das heißt, jetzt hat er keine Lust mehr zu reden und interessiert sich nicht mehr dafür. Ähm, ja. Lassen wir es einfach so stehen. Ich bin gespannt auf den Videobeweis, wo Christian das gesagt haben soll. Oder irgendjemand, oder ich sag sogar, niemand von uns hat es irgendwo jemals in einem Video gesagt. Denn das ist nicht unser Stil. Trash Talk gehört dazu, um Kämpfe zu promoten, um mögliche Match-Ups aufzubauen. Aber das muss natürlich immer alles oberhalb der Gürtellinie bleiben. Also Fazit zu der ganzen Geschichte. Auf jeden Fall eine tolle sportliche Leistung. Er hat sich sportlich weiterentwickelt. Er konnte ja auch bei den letzten zwei Gegnern wirklich nicht zeigen, was in ihm steckt, da es keine wirklichen Gegner waren. Alex Wesner war ein vernünftiger Gegner mit einem breiten Skillset. Gutes Ringen, gute Hände, eine Menge Erfahrung auf jeden Fall. Zum Schluss in dem Postfight-Interview, was er dort behauptet hat, gefällt mir überhaupt nicht. Ist charakterlich, ja, auf jeden Fall ungenügend, irgendwelche falschen Zitate aufzustellen. Solltest du auf jeden Fall ändern, lieber Michael Smollik. Alleine den Jugendlichen und den Leuten gegenüber denen, die dir folgen und die sich an dir orientieren und dich als Vorbild nehmen. Das war's mit dem Reaction-Video. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns.